Okay, Friends, ich hoffe, euch geht's gut. Im heutigen Video soll es mal so ein bisschen um meine Verletzungsgeschichte des letzten Jahres gehen. Und vielleicht habe ich auch dem einen oder anderen Angst gemacht, als ich da neulich einfach nur gepostet habe, so sieht meine Wirbelsäule aus und ich bin jetzt erstmal hier weg, so ein Motto. Also, denn das kann vielleicht bei vielen das Bild vermittelt haben, dass jetzt primär Kraftsport dafür verantwortlich war, dass das passiert ist, so in Anführungszeichen. Ich möchte euch in diesem Video jetzt mitteilen, was ich glaube, was der Grund dafür war und vielleicht auch so ein bisschen mitgeben, was ich halt jetzt in der Zeit gemacht habe, um das Ganze rauszutrainieren, das Ganze in den Griff zu bekommen. Okay, also ihr wisst, ich habe immer sehr, sehr viel mit dem Fokus auf Kraft trainiert und war auch die letzten Jahre aufgrund meiner Selbstständigkeit und so und immer hier viel zu tun, da viel zu tun, viel so on-off im Training. Und dann immer wieder in kurzer Zeit stark gesteigert, Kniebeugenkreuze immer wieder an alte Leistungen anzuschließen. Und das hat auch schon vermehrt dazu geführt, dass ich mal einen kleinen Muskelfaserriss im Kloteus hatte, dann nochmal einen kleinen Muskelfaserriss im Kloteus, mir beim Beugen geholt. Also kleine Mikrorisse und schon so kleine Verletzungen, die sich immer wieder gezeigt haben. Vermutlich einfach durch dieses, dass es eben kein kontinuierliches Training mehr war, sondern immer wieder ein abrupt abbrechen, dann wieder hochtrainieren, wenn halt genug Zeit war, dann wieder irgendwas dazwischen gekommen, dann wieder hochtrainieren. Also eigentlich eine sehr, sehr ungesunde Form von Krafttraining. Aber mir war das halt immer noch sehr, sehr wichtig, irgendwie da den Anschluss nicht zu verlieren und irgendwie meine Werte noch zu halten, um dann vielleicht darauf aufbauend nochmal richtig geil reinzustarten. Und das ging ja eine lange, lange, lange Zeit so. Und man muss halt sich auch vor Augen führen, den Rest der Zeit, den saß ich primär, den habe ich entweder im Lager gearbeitet, irgendwas von A nach B bewegt, mit Rücken, egal wie, oder ich habe gesessen und zwar immer mit rundem Rücken, gemütlich, irgendwie quer, keine Ahnung. Und das ging halt die letzten Jahre so. Das heißt wirklich immer viel rund sitzen, dann einmal am Tag für zwei Stunden richtig schön Gewicht auf die Wirbelsäule packen, richtig schön Kompression drauf und dann am nächsten Tag wieder sitzen, dann wieder Kompression, wieder sitzen, wieder Kompression und auch wenig Ausgleichsbewegungen. Wenig was, mal nach zur Seite geht, mal öffnen oder drehen, bewegen, irgendwas Dynamisches, hat natürlich alles gefehlt. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sich dann irgendwann so etwas entwickelt wie, ich blende es hier nochmal ein, wie so ein Bandscheibenvorfall. Das ist auch nichts Schlimmes. Was mich eher verunsichert hat, war halt dieser Wirbelbruch, oder diese Deckplattenimpression, die man jetzt darauf auch gesehen hat. Und für mich war jetzt auch nicht so ganz klar, okay, was hat jetzt eigentlich so die letzten Monate wehgetan? Weil ich, von dem Moment, wo das angefangen hat, zu dem Moment, wo ich ins MRT gegangen bin, sind ja auch einige Monate vergangen, in denen ich auch weitergebeugt habe, weitergehoben habe mit diesem Bild, also mit doppeltem Bandscheibenvorfall und dieser Deckplattenimpression. Und es hat sich halt nicht wirklich zurückführen lassen, ob diese Deckplattenimpression jetzt frisch ist, ob die schon länger da ist. Es gibt auch normale Leute, die sowas haben und es nie mitbekommen. Das heißt, das jetzt alles auf das Krafttraining zurückzuführen, ist, finde ich, wird dem Krafttraining nicht gerecht. Weil, dass ich diese Bandscheibenvorfälle habe, das kann auch einfach dem Umstand geschuldet sein, dass ich wirklich den ganzen Tag immer nur rund gesessen habe und mich nie normal bewegt habe. Nie laufen gewesen, nie dynamisch irgendwas, sondern immer nur rund rumsitzen, auch recht kräftig, immer an die 100 Kilo, immer 98, 97, 95 Kilo. Ja, und dann kommt natürlich hinzu, dass ich natürlich mit meinem Sport wahrscheinlich jetzt dem Ganzen nichts Produktives getan habe, indem ich dann zum Rundenrumsitzen immer noch schön Kompression draufgepackt habe. Es kann aber sein, hätte ich mich einfach ganz normal daneben auch bewegt oder auch mal ein bisschen mehr Fokus auf hier mal Dekompression gesetzt, dass nie was passiert wäre. Und es kann auch sein, wäre ich jemand anders mit einer anderen Genetik gewesen, dass ohnehin auch selbst bei diesem Vorgehen nie was passiert wäre. Und jetzt beim Thema Deckplattenimpressionen, also dieser Wirbelbruch, muss man sagen, ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viel Scheiße gemacht aufgrund dieses Sports. Immer wieder irgendwelche Tests, Versuche und ich hatte schon öfters Probleme mit meinem Rücken, auch in vergangenen Trainingsjahren. Das heißt, das kann auch aus der Vergangenheit stammen. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich aus vollem Lauf einen 180 Kilo Strongman-Reifen abrupt gestoppt habe. Danach hatte ich etlich lange Rückenschmerzen. Ich war aber nicht beim Arzt. Und es kann sein, dass mir damals einfach schon dieser Wirbel eingekracht ist. Ich blende das mal ein, falls ich das noch finde. Ich weiß es nicht. Was diese Verletzung aber bei mir ausgelöst hat, war, das war für mich auch, glaube ich, ganz gut. Das Thema Powerlifting für mich und ein Festhalten an alten Werten und jetzt doch das noch trainieren und da noch irgendwie, war für mich durch. Weil ich hatte danach wirklich etlich lange Schmerzen, vor allen Dingen morgens beim Aufstehen. Ich meine, ich habe ja auch noch weiter rein trainiert und so. So ist ja nicht. Ich dachte ja irgendwie, das ist etwas Muskuläres, das muss bewegt werden. Ja. Gut. Hatte ich auf jeden Fall so harte Schmerzen, dass mein Ziel Nummer eins es erstmal war, meinen Alltag schmerzfrei bestreiten zu können. Gesundheit. So, das war so meine erste Zielsetzung. Und das Ziel Powerlifting war natürlich dann erstmal gestrichen, klar. Und die Zeit danach habe ich halt angefangen mit Dekompressionsübungen, Dehnen, versucht, also ihr müsst euch vorstellen, okay, du hast jetzt da Bandscheibenvorfall, da ist wahrscheinlich eine gewisse Form von Kompression drauf. Vor allen Dingen meine natürliche Laudose war auch nicht mehr da auf dem MRT-Bild. Das heißt, meine Wirbelsäule war unten gestreckt. Das heißt, mein Ziel war es erstmal wieder eine natürliche Laudose zurückzubekommen. Ja, also in die Richtung zu strecken, zu dehnen. Bewegung reinzubekommen. Spannung rauszunehmen. Kompression rauszunehmen. Dekompressieren. Keine Belastung mehr auf die Wirbelsäule. Und das Ganze verheilen lassen. Ja, so gut es geht. Ich weiß es nicht. Ich habe kein MRT. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich weiß aber, dass ich schmerzfrei bin. So ganz allgemein. Was ich halt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich sitze jetzt die ganze Zeit auf so einem scheiß Stuhl auch, so diese normale Malenrückenschmerzen, wenn man halt viel gesessen hat. Aber die hat ja jeder von uns. Und die sind jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich auf den Bandscheibenvorfall zurückzuführen. Und das sind halt dann nun mal so Symptome, die einfach entstehen, wenn man seinen Körper geschändet, also so richtig schändet und hier nur doof rumsitzt und sich nicht bewegt. Deswegen waren auch neue Prioritäten, aber die sind erst später gekommen, mich mehr zu bewegen. A.k.a. ich laufe jetzt auch und sowas. Aber erstmal war das Ziel, schmerzfrei zu werden, sich normal bewegen zu können und diese Strukturen halt aufzubekommen und zu lockern. Das habe ich gemacht. Wie habe ich das gemacht? Die Kompressionsübungen an der Gluthemrace, also meinen Rücken rund werden lassen, schön aushängen, wirklich einen tiefen Stretch gemerkt. Den Quadratus Lomborum, also die tiefe seitliche Rückenmuskulatur auf beiden Seiten. Versucht zu dehnen, also viel dehnen, mobilisieren, ein bisschen kräftigen auch. Also jetzt nicht nur einfach dehnen, sondern der Muskulatur. Einfach auch Bewegung reinbringen, Stabilität, Kräftigung reinbringen und Kompressionskräfte rausnehmen. Das war so der primäre Fokus und in eine Lordose reinkommen. Und entsprechend habe ich natürlich auch Übungen mir gesucht, auch für die Beine. So tiefe Ausfallschritte, wo der Fokus auch war, die Hüftbeuge aufzudehnen. Also ich wollte auch möglichst alle Muskulatur, die jetzt irgendwie Spannung auf Wirbel bringen kann, wie zum Beispiel die Hüftbeugemuskulatur, weil sie ja an den Lendenwirbeln ansetzt. Die wollte ich aufdehnen, kräftigen Bewegung reinbringen. Also generell einfach Bewegung in den unteren Rücken, in die Hüfte reinbringen, um diese Spannung und Kompression rauszubekommen. Und das hat dann irgendwann auch einfach funktioniert. Ich wurde schmerzfreier. Ich konnte Step by Step wieder mehr belasten. Ich konnte dann auch mein Oberkörpertraining wieder normal durch... Also ich habe dann Dips gemacht und sowas. Also auch Gewicht drangehangen, das konnte ich normal durchführen. Aber ich konnte zum Beispiel eine Zeit lang keine Kurzhandeln anheben, weil wieder Kompression. Und das konnte ich dann wieder tun. Und Step by Step habe ich dann auch jetzt zum Beispiel mittlerweile, habe ich das wieder reingenommen, Schulterdrücken mit reingenommen. Aber ich habe lange Zeit Übungen vermieden, wo eine Kompression auf die Wirbelsäule herrscht. Ich habe auch jetzt zum Beispiel Kniebeugen und Kreuzheben, habe ich nicht vor, in nächster Zeit reinzutun. Kreuzheben erst recht nicht, Kniebeuge vielleicht so in einem Dreivierteljahr oder so. Mich reizt da im Moment nichts dran, weil das Ziel, viel zu beugen, ist halt im Moment eh nicht mehr greifbar und für mich auch nicht mehr wichtig. Und das war für mich vielleicht auch wichtig, dass ich mich einfach auf andere Sachen konzentrieren konnte. Also Geschäft im Hintergrund, vielleicht generell, ja doch eher Geschäft im Hintergrund. Ich konnte mich sehr viel auf die Firma konzentrieren, was für mich cool war. Und ich musste mich dann irgendwann auch selber finden. Und das hat dazu geführt, also all dieses Training, als es dann so gut war, also als mein Rücken halt ging, so ich hatte kein Ziel mehr im Gym. Weil, also für Optik gehe ich nicht ins Gym. Mir ist Optik nicht wichtig. Und dann ist es mir wichtiger zu arbeiten und Geld zu verdienen, da voranzukommen, als jetzt eine gewisse Optik. Das war mir in dem Moment nicht wichtig. Und dann nach dieser Reha-Phase, nenne ich das jetzt mal, so zwei, drei Monate Training, so in dem Bereich, kam für mich so eine drei Monate Trainingspause, weil ich einfach kein Ziel mehr hatte. Kraft war, Kraftziel war weg. Bankdrücken macht für mich jetzt auch keinen Sinn, ohne Kniebeugen und Kreuzheben. Für mich war es immer wichtig, viel Gewicht zu bewegen, mich voll bewegen zu können. Ja, und dann bin ich halt, in dieser Zeit habe ich nicht trainiert, bin fetter geworden, habe mich viel auf die Arbeit konzentriert und sah dann im Dezember echt scheiße aus. Also fett, unsportlich, keine Muskulatur mehr. Und meine Rückenschmerzen kamen wieder. Ja, also durch das ganze Sitzen, obwohl ich nicht gebeugt habe, nicht gehoben habe und sie vorher los war, kamen die Rückenschmerzen wieder. Ja, durch diese Inaktivität, dieses dumme Rumsitzen, ohne sich zu bewegen. Und ja, im Januar war ich dann im Skiurlaub und das war so der Punkt, da war ich gespannt, ob ich meinen Rücken spüre oder nicht, also ob die Bandscheiben, ob ich sie belasten kann oder nicht. Ski, weil Skifahren, ich fahre schon recht sportlich Ski, ob ich da was merke oder nicht. Und die Bewegung beim Skifahren hat richtig gut getan. Richtig gemerkt durch diesen Hüftschwung, zack, zack, zack. Das tut dem Rücken gut. Dann immer schön danach Sauna und ich kann ihn belasten. Ich brauche Bewegung, weil ohne Bewegung tut es mir auch weh. Ich fand, ich sah scheiße aus und dann war für mich irgendwie so ein neuer Abschnitt abgeschlossen. In der Firma war viel getan. Ich hatte ein bisschen Zeit übrig und mein neues Ziel war, du läufst jetzt einen Halbmarathon. Du machst jetzt irgendwas, du wirst jetzt Hybridathlet, du trainierst wieder auf Performance. Also ich kann auch auf Performance jetzt wieder mehr trainieren. Trainiere ich auch. Mein Training ist schon in die Richtung. Ich will geil aussehen. Ich will aber auch Ausdauer haben like a motherfucker. Ich will einen Halbmarathon auf richtig gute Zeit laufen. Gut aussehen, shredded rumlaufen, Topform haben, Ausdauer. Das ist im Moment das Ziel. Jetzt vielleicht nicht mehr viel Kniebeugen oder viel Kreuzheben, aber der Rest als Ziel ist geblieben. Und daraus resultiert auch mein jetziges Training. Aber das besprechen wir in einem anderen Video, sonst wird das hier jetzt zu lang, was ich jetzt gerade trainiere. Aber einfach um, was ich in diesem Video machen wollte, ist euch nochmal so ein bisschen die Angst zu nehmen. Jetzt vielleicht, oh, der Tyson, der hat immer viel gebeugt, dem ist die komplette Wirbelsäule auseinandergeflogen. Das lag nicht unbedingt an dem Training. Ihr müsst halt auch die anderen Umstände kennen. Und ich habe mich halt nie wirklich jenseits des Trainings bewegt. Immer nur blöd rumgesessen. Und dann natürlich auch immer sehr, dieses abrupte, immer wieder einsteigen Training. Nicht mal kontinuierlich irgendwie aufbauen. Was natürlich für so Strukturen auch nicht gut ist. Und ich denke, hier haben viele, viele, viele Faktoren dazu geführt. Auch wie zum Beispiel dieses Reifen aufhalten, da mit dem Wirbelbruch. Das würde ich vielleicht sogar eher darauf zurückführen. Was halt einfach nicht geil war. Und vielleicht, wenn ihr selber jemand seid, der jetzt da Probleme habt. Wenn die natürlich sehr zivil sind. Also wenn ihr wirklich so Taubheitsgefühl habt in den Beinen oder so. Lasst das wirklich vom Arzt alles abklären, bevor ihr da irgendwie aktiv werdet. Aber wenn ihr einfach nur diese Schmerzen habt und merkt, boah, fuck. Und ihr habt vielleicht sogar ein MRT, wo ihr einen leichten Bandscheibenvorfall habt oder sowas. Bewegung, Dekompression hilft. Bei Dekompression, wenn ihr so wirklich effektive Übungen dafür macht, ein bisschen vorsichtig sein. Aber bewegt euch. Mobilisiert die Bewegung. Tiefer Stretch. Die Hüfte mal öffnen. Wirklich mal tief gehen. Volle Rom. Wenig Gewicht. Aufmachen das Ganze. Bewegen. Dass wirklich eine Bewegung reinkommt. Eine Kontrolle reinkommt. Eine Stabilität reinkommt. Und auch jetzt nicht sämtliche Hebeübungen oder sowas verteufeln. Zum Beispiel, ich mache auch die Glute Hem Race. Da trainiere ich meinen Rücken. Da runde ich meinen Rücken ein. Ich strecke meinen Rücken. Aber kontrolliert. Mit wenig Gewicht. Mit wenig Kompression. Aber natürlich bewege ich den, damit die Muskulatur von alleine Spannung rauslässt. Damit eine Dekompression entsteht. Und damit so eine Bandscheibe sich auch, oder so eine Bandscheibenvorwölbung, Bandscheibenvorfall, wie auch immer, sich auch zurückbilden kann. Und weniger eben wieder auf die Nerven drückt. Und sich regenerieren kann. Das sollte Fokus Nummer 1 sein. Ich glaube, mit eines der schwierigsten Dinge oder der ungünstigsten Dinge. Am Anfang kann man das machen. Einfach mal zur Ruhe kommen lassen. Mit entzündungshemmenden Mitteln vielleicht auch. Aber man muss relativ schnell, vor allem bei so leichteren Bandscheibenvorfällen, wieder mit Bewegung anfangen. Ansonsten wird das höchstwahrscheinlich nicht besser. Bewegung, die Muskulatur dynamisch dehnen, mit leichten Gewichten ist key. Und dann progressiv langsam wieder Stabilität und Spannung aufbauen. ist, glaube ich, so der beste Weg aus so einer Bandscheibenvorfall-Situation heraus. Es gibt ja auch genügend Beispiele von Leuten, die dann wirklich mit Bandscheibenvorfall und dann später wieder richtig viel gehoben haben und so und gebeugt haben. Für mich ist das Thema aber jetzt einfach im Moment nicht relevant. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund dieser Deckplatten-Impression, dieses Wirbelbruchs. Ich weiß ja nicht, worauf es zurückzuführen ist. Und das ist mir das im Moment einfach nicht wert. Weil für mich wäre es nur interessant, wenn ich wirklich wieder in die Region, also wenn ich in die Region kommen könnte, dass ich 270 oder mehr beuge oder 300 oder mehr hebe. Und dafür müsste halt so viel Trainingsaufwand reingesteckt werden. Und dann auf der anderen Hand aber wieder das Risiko, dass ich mich verletze und etc. pp. Und die Zeit fehlt mir ja an anderen Stellen. Ich kann schon mal vorne weggreifen. Ich trainiere im Moment auch nur viermal die Woche. Das wird auch so bleiben, weil ich einfach die Zeit an anderen Punkten brauche. Aber wie mein Training im Moment wirklich aussieht, das klären wir in einem nächsten Video. Und ich hoffe, euch hat das Video hier so einen kleinen Einblick nochmal in meine Verletzungsgeschichte geben können. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Peace.